timi nice hat einfach eine klammer willkommen markus wenn die haare mal irgendwann zu lang sind einfach die wupps aus der schublade kannst du mal kurz die haarspange zünden meint sarah die sachen habe ich aufgezählt warst du gerade nicht da habe ich gerade eben aufgezählt aufgezählt sogar von sachen habe ich zum weihnachten hier den pikachu rucksack bekommen und die so ein goku figur hier und eine der käppes hier auch einer der käppes hier die ich hier am start habe habe ich bekommen so google figur vollmächtig freunde guckte diese mächtige figur daran ich glaube bommel 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 ist jetzt voll rot ne bommel bommel ist am eskalieren die mächtige figur ich muss ja echt mal demnächst mal wissen alles mal richtig war essen ach so ok ich habe schon gezeigt eigentlich problem ist die tür eigentlich ist das problem hätte ich hinter meinen rücken keine tür würde ich hinter meinen rücken von da also von hier bis hier also bis zu der anderen ecke einfach ein regal haben was meinen ganzen rücken bedeckt sag ich mal man könnte eure sachen dann sehen aber die tür ist halt in der mitte und dann macht das ganze halt so ein bisschen das ganze bisschen ja seit bisschen käse drangenballs du willst gar nicht wissen wo die drangenballs sind man aber die sind da wo ich sie jeden tag sehe sogar jetzt sogar jetzt also sie sind auf jeden fall sie erfüllen ihren zweck denn ich habe vom salon mir was gewünscht und salon hat mir das dann halt natürlich auch gegeben so schiller pin ist am start grüß ich moin was gedacht was gedauern also ich hab mal noch yes hier ist das shiny flagmon ist am start für euch guys let's go guys come on drop im match jetzt zweites shiny heute ich bin am ausflippen freunde hier nein nicht pause ich wollte den chat aktivieren auf geht's guys let's go sub halb donation halb ich hab keine ahnung shiny halb auf geht's auf geht's very nice hier ist flagmon flagmon in shiny hab ich instant gesehen freunde ne lapisches projekt freunde ich bin wieder back glaube ich sos methode bin ich langsam aber sicher wieder back freunde liegt das am zakati accounter ich weiß es nicht weil ich habe mein ich habe zwei accounter den einen habe ich jetzt weg gemacht jetzt benutze ich den den ihr jetzt auch benutzt also den abgegradeten mit der shiny methode auswahl und so und ich weiß nicht seitdem habe ich jetzt zwei shinys bekommen btf vielleicht ist das der insgeheimen der saka saka pin freunde wer weiß das schon very nice guys very nice ich wollte auch echt lange nicht hier sein weil es halt so ein bisschen ja so ein träges projekt halt ist ne mal ich habe so viele pokies jetzt nicht am start gehabt für das projekt reicht aber vollkommen aus ich habe die kette eigentlich nicht gehalten ne ich bin unter den 70 nur so zu info ich bin ja einmal kurz rausgegangen ne so oder knapp die 70 erreicht ich weiß jetzt nicht bin mir unsicher so auf jeden fall werde ich mir das pokie jetzt mehr holen mit einem guten zarten super süßen finster ball auf geht's number one number one guys nice drin ist drin guys drin ist drin very nice und dann schauen wir uns das gute mal an das gute pokie tun wir direkt in die box rein sehr nice sehr nice also da freue ich mich richtig wenn ich am tag zwei scheine ist einfach kriege nein kein allerdings alles easy so in mein team in mein team in mein team in mein team so ich bin jetzt endlich mal wieder back guys endlich mal wieder back mit meiner gewöhnlichen shiny luck phase in ss methode sonst war die projekte echt vierstellig letzter zeit jetzt sind sie sogar zwei stelle ich geworden das davor war drei stellliche zwei stell ich sehr nice so geben wir mal kurz hier rein blablabla 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 schauen uns das mal kurz an so guys sie an sie an ein ding cool und hier ist fleckmann wieder ein pokie für unsere challenge und zwar unsere kanto Living Decks Challenge, Freunde. 135 Pokis unter mir stehen jetzt. Das Video kommt demnächst hoch. Wenn du es siehst, dann siehst du es ja schon. Und ja, falls dir das Video gefallen hat, lass deine Bewertung da. Würde ich mich freuen. Teil das Video mit deinen Freunden. Würde ich mich auch freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielleicht auf der Seite hier oder auf der hier. Sehen wir dann halt. Wenn das Licht angeht. Also, tschüss. Tschüss, Geist. Tschüss. So, raus hier. Können wir hier raus? Nein. Jedes Mal können wir hier nicht raus, Alter. Das kann doch nicht sein, Mann. Jedes Mal musst du das switchen. auf ein anderes Poki. Nein, nicht Kapuriki. Weil der macht erstmal sein Element. Das dauert dann wiederum wieder lange. So, Geist. 77 Erkounter. Wenn du dieses Video siehst, siehst du es ja schon. Ja, ist mir später aufgefallen, irgendwie, dass das eigentlich keinen Sinn macht, was ich erzähle. Aber wann macht es eigentlich Sinn, was ich erzähle? Ja. 40ern. Ja. Ja. Die하신 Mal.